einen wunderschönen meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen game ich sitze hier schon so gemütlich am lagerfeuer wahrscheinlich wird sich diese gemütliche stimmung gleich ändern und zwar handelt es sich um green hell auf das spiel habe ich schon wahnsinnig lange bock es ist vom entwickler creepy char gibt es momentan auf steam für um die 20 euro ich weiß es nicht genau ich glaube ich nicht im early access bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher der eigentliche plan wäre gewesen dass im koop mit bennie zu spielen nach the forest hätte sich das angeboten leider ist daraus nichts geworden weil es den multiplayer noch nicht gibt laut entwickler sollte dieser noch 2019 kommen allerdings gibt es keine infos dazu und selbst wenn wenn wir es ja dann noch mal im koop spielen warum nicht ich werde es mir jetzt erst mal im single player anschauen ich hoffe ihr seid mit dabei und ich wünsche viel spaß sondern kommt ja die erste frage welchen spielmodus was wir nehmen einspaziert den können wir glaube ich auslassen willkommen im dschungel ausbalancierte survival erfahrung für alle spieler empfohlen geistige gesundheit an feindliche stämme an raubtiere an nährstoffentzug normal dschungelkönig gegner sind wesentlich feindzähliger und die strafen für niedrige geistige gesundheit fallen drastische aus für survival experten empfohlen geistige dann haben wir noch weitere spielmodi passen schwierigkeit und gesamterfahrung an so einfach wollen wir es auch nicht haben ich würde sagen wir nehmen willkommen im dschungel und benutzer definiert können wir dann ja machen wenn wir es im koop spielen das ist der plan halte t gedrückt um das funkgerät zu benutzen nicht mehr im dschungelang im dschungelang im dschungelang im dschungelang um was die in der neuen die CO2 schon schon beim kampf Sie werden wissen wenn die Zeit kommt mites Sehr gut. Du kannst dich aufhören, ich glaube. Der Weg führt durch den Kanon. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ähm, nutze ja wie A ist die, um dich zu bewegen. Klar, in der Einlage. Das da unten ist anscheinend meine alte. Ich denke, die wird jetzt dann gleich verschwinden, oder? Oh, äh, hast du das Boot abgeholt? Ja. Jake, ähm... Ich weiß, dass das unter den Umständen klingt, aber ich bin glücklich, dass wir hier zurückkommen. Ja, ich fühle dich. Ja, das ist so schön. Also grafisch halt schon eine ganz andere Baustelle als The Forest. Wird schon richtig nice auszuspülen. Und was, wenn sie nicht zu uns sprechen? Komm schon, lass uns nicht vor uns selbst kommen. Du bist ein phänomenischer Interpreter. Wenn jemand mit ihnen kommunizieren kann, dann bist du. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in die Hose geht. Mhm, mhm. Gute Sache, ich habe einen Anthropologisten in Hand. Dr. Higgins. Sehr schön. Das Lager haben wir gefunden. Ähm, jetzt halte T direkt, um das Vogelgerät zu benutzen. Okay, ich habe die Tante gefunden. Ist alles okay? Natürlich. Ja, sag doch, passt schon nicht gerade eine Fünf-Sterne unterkommen. Nee, passt schon. Was hat er denn erwartet? Es sieht aus, wie alles bereit ist. Es sieht aus, wie alles bereit ist. Es sieht aus, wie wir alles haben, was wir brauchen. Perfekt. Day 2. Day 1 war auf jeden Fall recht lange. Ja? Wir haben offiziell entwickelt. Du wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Ich erinnere mich, aber... Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir das wiederholfen. Ich bin nicht sicher, dass es die beste Idee ist, dass Sie sie alleine besuchen. Cariño. Du wissen, ich muss das machen. Das ist die einzige Art, um sie zu sprechen. Oh, keine Angst. Es geht nicht. Es wird alles gut. Wenn Sie ein paar Pferden machen? Wir haben eine Romantik-Basen. Romantik-Basen. Das ist die Land. Das Herzen, wie es seit tausend Jahren ist. Jeder, der hier kommt, muss das respektieren. Jabono. Es hat drei Jahre, seitdem wir sie gesehen haben. Sie oft reagieren mit Angst. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Aber wir brauchen wirklich ihre Hilfe. Unser gesamtes Plan ist auf das. Okay? So. Dann sammeln wir mal ein bisschen Holz, oder? Was? Was haben wir hier noch? Don't touch it. The dart frog. Ah, den kenne ich. Haben die Indianer immer ihre Pfeilspitzen in seinem Gift getunkt. Die Yabahuka. Das sind ja die, wo wahrscheinlich meine Freunde führen, nehme ich jetzt mal an. Ich bin mir sicher, dass sie euch nicht willkommen heißen werden. Jetzt müssen wir Holz sammeln. Leute, es tut mir leid, ich muss das Spiel ein bisschen heller machen, weil aufgrund der Lichter, die von hier kommen, meine Augen nicht so an das Dunkle gewöhnt sind. Ja. So. Uh, mach ich den. Yes, baby. Zack. Geht was. Stick. Yes, baby. Ah, geht was. Ein Foschelnest. Ah, Foschelnest. Geht was. Ja. 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 Ah, da kann man auch gleich trinken. Sehr gut. Also wenn das mit den Vitalfunktionen gemeint ist, wie bei The Forest das mal trinken und essen muss. Das ist okay, da habe ich keine Schmerzen. Aber es gibt ja wirklich Spiele, da muss man auf seine Verdauung achten und was weiß ich. Das nervt mich. Wie viele Stöcke bräuch ich denn? Oder habe ich schon genug? Er bietet mir ja schon an ein Feuer zu machen. Passt doch hier wunderbar her, oder? Alte C gedrückt, um das Navigationsrad aufzurufen. Tagebuch. Kleines Feuer. Sechs kleine Stöcke. Und acht Stöcke. Achso, und jetzt sagt er mir quasi, was ich alles brauche. Es ähnelt schon sehr Forest. Das sieht halt nur einfach viel besser aus. Ja. Hat sie gerade gesagt, du Idiot. Ja. Aber es fühlt sich so weit. Mal hier, eine Liane. Die nehmen wir mal mit. Okay. Sehr schön. Ein Stock. Beende den Bau des Feuers. Ja, aber da brauche ich doch noch Stöcke, Bro. Stock. So. Ja. Ja, wunderschön. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Ach, du bist ja eine Hohlbirne. Ja, komm, das... Tu mal den Stock da weg, das nervt mich. Wir müssen das lernen, Kollege. Hilft ja nix. Neuer Tagebuch an. Schau dir den Handwerkseintrag im Tagebuch an. Stock oder Feuerbrett. Hat der mir das da oben jetzt angezeigt? Woher weiß ich denn, was ich bauen kann? Ja, das werden wir alles noch rausfinden. Ja, Vogelnest. Das ist doch wunderbar. Nutze ein Feuerzeug und zunde, um Feuer zu machen. Dann brauchen wir den Bohrer. Den müssen wir jetzt benutzen. Dann nehmen wir das Vogelnest. Jetzt. Komm. So. Ist schon komplizierter als bei... ... als bei der Forrest. Wie machst du es? Hm? Was? Du bist so calm. Ich bin calm. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Aber... Ich bin sehr sicher. Es fühlt sich sicherer hier, als da. Oh, ich weiß nicht. Jaguars, Venomous Spiders, Snakes. Lass nicht die Scorpions vergessen. Ich bin froh, wenn die weg ist. Ich habe keinen Bock mit der zu labern. Du musst mir fehlen. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wenn ich nicht wusste, wo meine ambitionen würde uns führen, ... 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 Ich bin ein bisschen Angst, dass Sie die Yabawaka treffen. Yabawaka. Alles wird gut. Ich muss alleine gehen. Wir haben bereits gewohnt, dass das nur eine Art Weg ist. Außerdem, sie sehen, dass sie dich nicht lieben. Sie sehen, dass sie nicht lieben. Sie sehen, dass sie sich nicht lieben. Sie sahen Arrows auf einem Militär-Köpfer. Es ist schwer, dass sie sie zu retten. Seitdem du dein Buch veröffentlicht hast, sie sind unter der Siege durch die Medien, Wissenschaftler, Doktor. Die Allianz der Welt hat ein Medikament gemacht, und wahrscheinlich machte eine Forschung, die Taboos verabschieden. Aber ich werde sie davon überzeugen. Ich muss es. die Taboos verabschieden lassen, oder? I'm at Village. Call me with Radio when you wake up. P.S. There's a little gift for you. Love, Mia. Die Uhr. Oh, du bist ja eine. Eine Zirkoschnöte. Okay. Ja, wäre cool, wenn ich die Uhr nehmen könnte, aber das darf ich anscheinlich. Ach so, ich muss sie erst anrufen. Hallo, Mia. Hey, sleepyhead. Finally up. You left already? Why didn't you wake me up? Jetzt empführt die endlich. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Hat sie nicht, genau. Ich hab mir eine Uhr da gelassen. Eine sehr hässliche Survival-Uhr. Was für so ein Samsung Gear S98. Ah, genau was ich wollte. Es hat sogar Solar-Batterien. Und ein Macro-Element-Scanner. Schau dir selbst, um zu sehen, ob du keinen missbrauchst. Wir sind hier nur ein paar Tage. Aber Stress kann passieren. Sag mir über das. Hat der F gedrückt, um auf das Smartwatch zu schauen und deine Grundbedürfnisse zu überprüfen. Wart doch alles gut aus. Weiß nicht, was das oben links ist. Da fehlt's ein bisschen. Ich suche das Zelt nach etwas nahehaften. Na, da liegt ein Rieschel! Oh, den hätte ich bestimmt auch gleich essen können. Aber dann essen wir den hier. Oh, für mich, Han. Gott! Well rested and well fed. Perfekt. Und keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. Wollen wir nicht. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected. They don't want to talk. Oh. Wie dumm ist denn das? But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mhm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Mhm. Mhm. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. Ja, danke. Okay. Will doch nur spielen. Das ist ein guter Plan. Untersuch mal ein paar Pflanzenarten. Schau dir das Korkbett an. Hab ich doch schon alles angeguckt. Ja, hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Woran erkenne ich denn eine Tabakpflanze? Ja. Alter, das war nicht mal niedrig. Ich wusste, dass ich nicht kenne, aber... ...eine Linie hat gesnäppte und ich bin ein guter 30 Meter. Just Mio, bist du okay? Ich bin nicht sicher. Hör auf. Ich gehe ein bisschen weg, bis sie dich nicht hören können. Lass mich wissen, dass du dir selbst untersucht hast. Ich habe mich untersucht. Achte auf deinen Körper, okay? Wie mache ich das? Halt der C gedrückt, um aufzurufen, um deinen Körper zu untersuchen. Ach, das ist ja cool. Oh! Das ist definitiv nicht gut. Oh, schaut Mardik aus, Alter. Äh, es ist, es ist okay. Nichts ist gebrochen. Es ist nur Schrauben und Schrauben. Nichts, was zu beschäftigen. In der Dunkel kann jeder Schrauben gefährlich sein. Du musst alles aufhören. Erinnern Sie mich? Ich weiß, wie das geht, klar. Auch Bananenblätter. Ich kann nicht sagen, dass ich erinnere mich. Schau mal für Molineria. Es hat langen Läder, ohne Markungen. Und ist mit gelbigen Blumen. Okay. Ich gehe nachschauen. Du solltest es in deinem Notepad haben. Anrufe mich, wenn du deine Schrauben behandelt hast. Oh, wie so dezent noch stichelt, gell? Es steht für auch alles in deinem Tagebuch, Mister. Schau mal gleich mal, was in deinem Tagebuch steht, wenn dich ein Kannibalenstamm auffressen will. Du hast 100 Pro angekrochen und willst mir eine Hilfe. Wo ist eine gelbe Pflanze? Gelbe Blüten. Habe ich bisher nicht gesehen. Glaube ich zumindest. Beschneide eine Molinärer Pflanze, um die Blätter einzusammeln. Muss ja hier in der Nähe eine sein, oder? Wenn ich... Ah, hier, oder? Wahrscheinlich, ja. Zack. 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 Okay, das geht nicht. So. Ich stelle ein Verband her. Herstellen. Ähm. Heerer Blatt. Ah, das war's schon. Okay. Um einen Verband anzulegen, starte die Untersuchung und ziehe aus dem Rucksack entsprechenden Gegenstand über die Wunde. So. Das hält doch nix. Hier bin ich. Alles gut zusammen. Oh. Hörst du es? Ah, wie in der Hölle. Oh. Porefito mio. Ja, das stelle ich mir jetzt nicht vor. Ich stelle mir vor, dass du mir meine Ruhe lässt. Mhm. Hm. Better? Ah, ein bisschen besser. Ja. So. Wie geht's dir? Sind das alles verschiedene Pflanzen? Das ist halt schon heftig eigentlich. Ich werde in ein paar Tagen initiiert werden. Ich bin optimistisch. Ich erwarte, dass wir als einer ihrer selbst behandelt werden. Und ich sollte dann ein paar Fragen stellen können. Einige Älteren sind dagegen dagegen. Glücklich ist Herr Kuhini auf meinem Seite. Warum sind sie dagegen dagegen? Ich denke... Ich denke... Ich denke, sie wurden eben, bevor ich sie gesammelt habe. Der Chef wollte, die Welt-Health-Allianz fasziniert. Aber ein paar von den Älteren versuchten, auf der Kampf zu kämpfen. Jetzt? Die Jabahwaka haben eigentlich zwei Fakten. Das klingt gefährlich, Mia. Hör auf. Ich bin nicht in any danger. Ich hab dir gesagt, ich bin optimistisch. Kann ich so einen großen Baum auch fällen? Tag zwei und drei... Alter! Jake! Please come in! Jake! I need you here! Jake! Please! Please answer me! Mia. Was ist passiert, was passiert? Mia? Was ist passiert? Speak to me! Schaut es noch genauso aus, was hat er in der 30 Tage gemacht? wo drüben wo müssen wir hin finde mir haben sie bestimmt schon aufgenascht ja 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 Hallo? Lebt ihr noch? Jake, was ist da los? Oh, komm, sprich mit mir, Jake! Warum soll ich das nicht reagieren? Okay. So, jetzt nehme ich mal an. Oh, oh, ist das hübsch. Nehmen wir mal an, jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Jetzt zeige ich was. Wäre cool gewesen. Neuer Dialog freigeschalten. Ziele im Tagebuch. Den Dialog hören wir uns noch schnell an. Nein, die hört dich nicht. Die hört dich nicht. Neuer Tagebucheintrag. Was denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, und da ist alles passiert. Suche Hilfe, okay. Ja, das wirst du doch. Was soll das? Was sagt er mir, dass... Ach so, geistige Gesundheit, Wirkung, Halluzination, bekannte Behandlungsmethode, Verzehr eines Produkts mit einem natürlichen Anti-Stress-Wirkung, verbessert den Geisteszustand, ruhiger Schlaf erhöht, geistige Gesundheit. Handbohrer, Verband, Seil. Ne Fackel, komm mal her. Stock und Seil, okay. Rahmen, Bambusrahmen, da kommen wir dann schon... Rupala. Lol. Da kommen wir jetzt auch schon zum Hausbau. Nehme ich mal ganz stark an. Hölzern, Eingang, Bambuseingang. Ah ja, genau. Hütte, Bambus. Halmendach, Bananendach. Sehr schön. Kleiner Unterstand. Das ist jetzt quasi Story-technisch wahrscheinlich, was wir bauen müssen, oder? Blätterbett. Langer Stock, langer Stock. Seil, Palmblatt, Hüttenunterstand. Glaubt ihr, das Spiel zu steil? Speichern, das hier aber auch. Hm. Keiner Bambusunterstand. Was haben wir hier? Ah, Halterung für Stöcke. Ah, es ist Forest. Wollen wir gar nicht reden. Eins zu eins ist das Forest. Aber, da habe ich auch keine Schmerzen, weil Forest war mega geil. Und war sehr traurig, als wir es durch hatten. Ich werde den Unterschlupf hier fertig bauen, weil ich, wie gesagt, einfach speichern möchte. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, insofern ihr da Bock drauf habt. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen, oder mit einem Kommentar, oder mit einem Abo. Ist gerade sehr aufwendig, das Spiel, aber ich denke, das wird noch. Ich habe Bock, weiterzuspielen. Ich hoffe ja auch, bis dahin, eine schöne Zeit.